Larko ist bekannt für seine Fliegeruhren und da gibt es unterschiedlichste Qualitätsstufen, aber es gibt nicht nur das, sondern auch zwei ganz neue Uhren. Und ich habe das große Vergnügen sie euch heute in diesem Video vorzustellen. Hallo und willkommen bei Watchmax des Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Larko hat mich angeschrieben angerufen und hat gesagt es gibt zwei neue Uhren und ob ich nicht Lust hätte diese auf meinem Kanal zu zeigen, habe ich natürlich sofort ja gesagt und freue mich euch heute diese beiden Uhren zeigen zu können. Es handelt sich dabei um die Kiel 2 in einem etwas modifizierten Gehäuse in einer etwas anderen Größe. Ich zeige sie euch im Detail und bin gespannt, was ihr zu der Uhr sagt. Ich kann euch sagen, was ich sagen würde, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Da sage ich ganz herzlich Danke für, denn mir hilft das ungemein. Euch kostet es überhaupt nichts und YouTube weiß dann, dass ihr meinen Kanal mögt und das finde ich klasse. YouTube auch. Insofern ihr könnt mich unterstützen. Kurzes Abo, kurzes Like, kurzen Daumen hoch und dann geht es auch schon weiter mit der Detailansicht dieser beiden wunderschönen neuen Uhren. Das sind sie, die beiden Varianten der Kiel 2. Wirklich zwei komplett unterschiedliche Uhren und trotzdem unverkennbare Geschwister. Gucken wir uns erst einmal die technischen Daten an. Die Uhr hat einen Durchmesser von 43 mm sowie eine Bauhöhe von 14 mm. Der Lug-to-Lug-Abstand beträgt 51,5 mm mit einer Bandanstoßbreite von 22 mm. Verbaut ist in beiden Uhren das Laco 500, welches auf dem Selita SW 500 basiert. Laco gibt eine Gangreserve von mindestens 56 Stunden an. Bei beiden Uhren ist ein Saphirglas verbaut, welches standardmäßig innen entspiegelt ist. Die Uhr am Lederband wiegt gemäß Angaben von Laco 105 g. Am Stahlband geht das Gewicht hoch auf 185 g. Verbaut ist ein thermisch gebläuter Zeiger. Das kann man bei dem schwarzen Hintergrund nicht ganz so gut erkennen. Bei dem weißen Hintergrund ist das etwas leichter zu sehen. Die Leuchtmasse ist C1 bzw. C3 von Superluminova. Je nachdem ob man die schwarze oder aber die weiße Uhr hat. Man kann auch den unterschiedlichen Farbton der Leuchtmasse beim genauen Hinsehen erkennen. Mir gefällt die Uhr sehr gut, auch wenn sie mit 43 mm Durchmesser an meinem Arm etwas zu groß ist. Und auch der Horn-zu-Horn-Abstand von 51,5 ist mir etwas zu groß. Das ist jenseits meiner Wohlfühlgrenze. Aber ich zeige euch das natürlich auch gerne an meinem Arm. Denn mein Eindruck muss ja nicht euer Eindruck sein. Aus diesem Grunde schauen wir doch mal wie die Uhr tatsächlich sitzt. Und ja, mir ist das zu viel Uhr am Arm, an meinem Arm. Aber das muss natürlich überhaupt nichts bedeuten. Die Bauhöhe von 14 mm passt, ist in meinen Augen sehr gut dimensioniert mit der Größe der Uhr insgesamt. Das passt und ist harmonisch, nur eben nach meinem Geschmack nicht an meinem Arm. Die weiße wirkt dann noch mal einen Tick größer nach meinem Empfinden. Und am schwarzen Band macht sie natürlich einen richtig guten Eindruck. Ich wüsste auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, welche Uhr mir hier jetzt besser gefällt. Das hier ist natürlich die klassischere Fliegeruhr. Der klassischere Auftritt mit schwarzem Blatt und weißen Zeigern. Das hier ist für mich eine modernere Interpretation. Ich kann mich mit beiden Varianten extrem gut anfreunden vom Design her. Was mir bei beiden Uhren aber ausgesprochen gut gefällt, das ist, wie flach das Datum ist, wie nah die Datumsscheiben am Ziffernblatt sind. Man muss also nicht tief in die Uhr reingucken, um das Datum zu sehen. Das gefällt mir richtig gut und das ist bei beiden Uhren auch identisch. Bei der schwarzen fällt das etwas weniger auf. Aber bei der weißen ist das ganz ganz offensichtlich und das finde ich echt super gelungen, dass hier die Datumsscheibe so nah an das Ziffernblatt kommt, beziehungsweise dass das Ziffernblatt insgesamt so dünn ist. Ich weiß nicht genau, was hier den entsprechenden Ausschlag gegeben hat. Die Krone finde ich bei beiden Uhren klasse. Passt super zur Uhr. Wirklich schön. Mit Sonnenschliff versehen und sehr griffig gemacht. Lässt sich gut aufziehen. Die Uhren sind bis 100 Meter 10 bar wasserdicht. Beide, also wenn ich es nicht ausdrücklich sage, gilt es immer für beide, auch wenn ich nur eine in der Hand habe. Die Kronen sind nicht verschraubt. Nur Zug- und Druckkronen. Und der Chronograph lässt sich durch die nicht verschraubten Drücker sehr leicht bedienen. Angenehmer Druckpunkt funktioniert prima. Nullstellung funktioniert. Und jetzt schauen wir uns auch gerne noch einmal an, wie die Zeiger gesetzt sind. Dafür warte ich dann, bis der Sekundenzeiger auf der 9 Uhr auf der 60 ist, also ganz oben. Und dann schauen wir uns einmal an, wie die Zeiger gesetzt sind. Und jetzt drehen wir die zurück und stellen fest. Die Zeiger sind super gesetzt. Ich kann das gar nicht so genau einstellen. Ich müsste jetzt noch einen Bruchteil eines Millimeters zurückgehen. So, jetzt kann man es genau sehen. Der Sekundenzeiger ist mittig vom Minutenzeiger, ist mittig vom Stundenzeiger. Absolut super gesetzt. Besser kann man Zeiger, glaube ich, nicht setzen. Das passt absolut genial. So, zack und weiter geht's. Und jetzt haben wir natürlich das große Glück, schauen zu können, ob das eine Alltagsfliege war oder ob das Standard ist, indem wir uns einfach das gleiche bei der schwarzen auch noch einmal anschauen. Und kurz zurück, um die Uhr genau in der richtigen Position anzuhalten. Und auch hier können wir sehen, die Zeiger sind absolut perfekt gesetzt. Überhaupt nichts auszusetzen. Absolut klasse. Wirklich prima gemacht. Und auch keine Eintagsfliege. Ja, zwei sehr moderne Uhren, die unterschiedlich und trotzdem sehr ähnlich sind. Wo liegen die denn jetzt preislich? Schauen wir uns mal die weiße hier an. Was hat Laco mir hier zur Verfügung gestellt? Wir haben hier die Muster. Weiß. Laco 500 Automatik mit dem top dekorierten Werk. Die kostet am Lederband 2.460 Euro. Diese hier ist die schwarze am Stahlband. Ebenfalls ein Muster. Hier haben wir das Standardwerk drin und nicht dekoriert für 2.290 Euro. Die Uhren beginnen in der einfachsten Variante am Lederband mit dem Standardwerk nicht dekoriert. Mit 2.190 Euro. Wenn ich das Saphirglas innen und außen entspiegelt haben möchte, kommen dann nochmal 100 Euro dazu. Wenn ich das Standardwerk dekoriert haben möchte, ist der Aufpreis dafür 120 Euro. Für das Topwerk werden 150 Euro fällig und für das dekorierte Topwerk werden 270 Euro fällig. Die Datumsanzeige ist standardmäßig auf Deutsch. Für 70 Euro kann ich mir auch eine englische Datumsscheibe einbauen lassen. Die erste Gravur ist kostenfrei, die entweder wahlweise auf dem Rotor oder auf der Seitenflanke erfolgen kann. Die zweite würde berechnet. So und jetzt schauen wir uns die beiden Uhren auch bei Nacht an. Dafür kurz eine Taschenlampe, die die Leuchtmasse aktiviert. Und schon können wir das Nachtbild beider Uhren sehen. Und es ist absolut komplett anders als ich es erwartet habe. Aber ich habe die beiden Uhren bei Nacht noch nicht gesehen. Das hier ist die schwarze am Stahlband mit dem typischen Nachtbild, wie man es erwarten würde. Die 5 Minuten Indizes, die Ziffern sowie der Sekundenzeiger auf der 9 Uhr Position als Funktionskontrolle. Und die weiße hingegen hat ein komplett anderes Nachtbild. Sehr viel reduzierter. Die Stunden Indizes sind nur auf 12, 3, 6 und 9 Uhr zu sehen. So wie die Leuchtmasse auf den Zeigern. Also das war für mich jetzt gerade eine komplette Überraschung. Natürlich hätte ich es mir denken können anhand der Farbgestaltung auf dem Blatt. Aber das ist für mich jetzt echt eine komplette Überraschung gewesen. Was ich über die Uhren denke, das wisst ihr jetzt. Mich würde noch brennend interessieren, was ihr über die Uhren denkt. Damit ihr euch nochmal einen Eindruck verschaffen könnt, kommen jetzt nochmal ein paar Sekunden die Uhren ganz alleine mit ein bisschen Musik ohne meinen Kommentar, damit ihr einen möglichst neutralen Eindruck gewinnen könnt. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren. Bis dahin. Tschüss, euer Axel. Bis dahin. Bis dahin. Yeah, sieh欣ze dich hat pumps. Sobald musical. Bis dahin.